Ich will mir unterhören zu lieben und habe nie ein Wort für gut. Ich gehe höchstens mit den Eltern, mein Stuhl schmortieren ab und zu. Mein Vater sagt, so muss das bleiben und dafür schenkt er mir ein Kompakt. So soll die ganze Bier der Kragen, aber auch wenn mir mein Monik schmeckt. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einem Mann. Ich will eine, die mich küssen, weil auf den Finger wickeln kann. Ich hatte neulich gerade Geburtstag und ich darf es sich nie. Ich will alle tanzen uns Verwandten und fahre mit von der Partie. Sie trachten Rosen und Narzissen und Schokolade sind da schwer. Sie hat mich plötzlich fortgerissen. Ich will, ich will, das heißt nicht mehr. Ich bin gleich ein Schokolade, ich bin lieber einem Mann. Ich will eine, die mich küssen, weil auf den Finger wickeln kann. Ich bin gleich ein Schokolade. Ich bin gleich ein Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen in den Küssen. und mein Finger wickeln kann. Ich bleibe in die Größe und mein Finger wickeln kann. John, wo bist du? Alias Klausi! Komm mal, mein Junge! Klaus Engelhardt! Unser Geburtstag! Achtung! 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 Ich weiß ja noch, du hast einen kleinen süßen Spitznamen, ne? Aus alten Elmshorner-Zeiten, ich darf es sagen. Für dich, du Lutscher, ein paar Lutscher. Ein paar Lutscher hier, Mensch. Das hau ich doch eh gleich weg ins Publikum, ihr Mensch. Und dann hat uns doch ein ganz großer Fotograf fotografiert, extra für John. Und da haben wir eine Kleinigkeit mitgebracht. Ja, das ist meine Rolle, leider. Nein, das stimmt doch gar nicht. Wir sind deine Angestellten. Ich spiel das ja gerne. Den Klaus Engelhardt! Auf los! Auf los! Auf los! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 WOOOOO!